Ich hab doch noch diese Scherbe, oder? Oh ja, an den erinnern wir uns. Es tut mir leid, aber... Ja, mir auch. Hallo? Ich habe ihn lange Zeit gehört. Wie? Es geht nicht. Wenn du so sagst. Ich habe ihn so schlecht gehört. Mein Sohn Adam ist weg. Ich habe ihn zu spüren, obwohl meine Frau sagte, dass er zu jung war. Ich dachte, dass er zu lernen muss. Ich kam zurück ohne ihn, und der Blick auf die Gesichter sagte, Du bist ein Monster. Wir haben ihn nicht gefunden. Wir haben ihn nicht gefunden. Ich habe ihn so schlecht gemacht. Dann hast du alle unsere Dinge. Du hast uns verabschiedet. Ich könnte sie erhalten, aber nicht nachdem. Ich habe ihn verabschiedet. Ich habe ihn verabschiedet. in der Straße. 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 olutzer für dich. In der Straße. Nein. I wouldn't do that again. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. We were starving. It was cold. So my family starved in the cold. How could you know all this? You're a monster. You're a murderer. And a thief. And I'm gonna hurt you so bad. It doesn't have to be this way. You can't take care of anyone. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's eight. Wrong. She's nine. But... Her birthday was six days ago. Yeah, okay, come. I know how old she is. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. All right. I expected you to put up a fight. You'll take care of her? We'll give her a home. Why are you saying we? Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you... I'm glad to. I wish you wouldn't have had to get this bad, but... It's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Oh, 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 oh. Oh. Du Psychopathen-Schwachkopf-Typ. Was glaubst du eigentlich, ey? Blöder Sack. Du mit deinem Psychospielchen. Ich mach dich platt mit A. Oh. Oder auch nicht. Clementine. Clementine. It's okay. It's okay. Huh? I... You look horrible. That's what he said. Let's just get somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. I'm sorry, Lee. Cleo, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk. Lily, halt die Schnauze. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Hey. You saved me. It's my fault. Everything is dangerous. Like you said. It's okay. You learn. Oh man, ey. Das war ja jetzt auch wieder voll spannend. Mit diesem komischen Typen hier. Mit seinem... Mit seiner Frau da als Kopf... Äh, ja. Was soll man dazu sagen, ey? Hauptsache Clementine ist nicht mehr bei so einem Verrückten. Wie eklig. Aber echt. Mann, Alter. Scheiße. Ich hab aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit Angst, dass das noch nicht... Dass wir noch nicht durch sind. Ja. Ich weiß auch nicht. Guck ich mal hier erstmal. Ja gut, wenn sie jetzt unbedingt gehen will, machen wir das. Gehen wir mal da durch. Obwohl ich mich... Warte mal. Nee, nee, komm. Warte mal. Was ist mit Waffe und so? Können wir noch was aufheben? Nicht, dass das hier wieder so beiträgt. Zum... Hier. Achso, das ist der Fremde. Ich dachte schon. Ich kann hier noch was aufnehmen. Nee, gut. Dann hauen wir ab. Scheiße. Nicht schon wieder. Boah, ich hab's gesagt, ne? Dass ich mir nicht sicher bin, was passiert. Wir riechen. Wir riechen nicht nach etwas, was er gerne will. Es... Es hat dich nicht beitelt. Ja. Ich weiß es. Es muss sich... Wir sind hier in all dieser grossen Sachen. Ich musste durch ein paar von ihnen, um hier zu kommen. Ah, das schützt uns natürlich. Das ist so. Wir werden von Savannah rauskommen. Wer The Walking Dead die Serie kennt, weiß natürlich, dass das ein guter Tarnschutz ist. Sich mit... Leider klingt eklig, aber mit Gedärm und so, um ganzen Scheiß von den Walkern einzudecken. Ja, dann... Mal los. Oh, doch, Clementine, mein Schatz. Ach, Entschuldigung. Meine Katze nervt nur die ganze Zeit. Und ich dachte, ich kann sie mal kurz auf den Schoß nehmen. Dann miaut sie nicht mehr so die ganze Zeit. Oh ja. Aber hab ich doch nicht geschafft. Die Arme. Das findet sie nicht schön. Das muss aber sein. Aber lieber zu zweit ekeln, als alleine ängstigend. Ach, Clementine. Oh, ist das schön, dass die beiden sich wieder haben. Oh, ist das schön, dass die beiden sich wieder haben. Wir halten unser Versprechen. Das finde ich sehr gut, dass Lee sein Wort hält. Da sind eine Menge. Können die wirklich nicht Clementine oder so riechen? Gefährlich, gefährlich. Wir gehen einfach mal weiter. Tun so, als wären nichts. Wir gehen da so lang. Oder da lang. Können wir denn überhaupt irgendwas machen mit unserem... Nö. Wir können einfach nur weitergehen. Upsi. Hallohchen. Ich habe sie angerämpelt. Tut mir leid. Boah, da kommen wieder welche. Ich warte mal lieber. Und gehe jetzt weiter. Jetzt passt es ganz gut wieder. Hm. Gar nichts los. Nein. Sie erkennt da jemanden. Sie erkennt ihre Eltern bestimmt. Oh Gott, nein. Oh nein, wie schrecklich für Clementine. Nein, bitte nicht. Nicht hinsehen. Geh nicht darüber. Immer hin. Ganz schön. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist deine gute Sache. Komm mal her. Oh Gott, es tut mir so leid, Clementine. Oh scheiße, Lee. Oh Gott, wie der aussieht. Der sieht schon aus wie so ein halber Walker. Wir müssen hier rauskommen, so schnell wie wir können. Oh, wir können nicht. Es gibt Tausende von ihnen außen. Wir müssen. Ich werde dich beschützen. Wir werden sie durch. Nein, nein, das ist verrückt. Ich habe dich geschehen. Wir sind sicher hier. Ich lockte uns in. Geh die Tür öffnen. Ich kann nicht. Mach es! Boah, scheiße. Es war nur ein bisschen öffnen, als ich es gefunden habe. Ich habe es geschehen, um uns sicher zu halten. Oh Gott. Boah, Lee. Er kann nicht mehr. Eins. Da ist keine Power mehr hinter. Komm schon, sonst kommt das Mädel hier nie raus. Oh, wie sie schaffen es nicht. Sie? Clementine. Honey. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein. Das ist nicht... Ich bin sorry, Clementine. Ich bin supposed to take care of you. Ich kann jetzt. Ich weiß. I think there might be a way out over there. Good, good girl. Let's go. I might be a little slower. I'll help you. Es tut mir so leid. Es ist so schrecklich. Es ist so... Lass dich nur niemals in eine Falle locken. Es ist so herzzerreißend zwischen ihm und Clementine. Diese beiden Menschen passen so gut zueinander. Das ist so eine Liebe zwischen den beiden, die so weh tut, dass die kaputt geht. Oder wisst ihr was? Eigentlich geht sie gar nicht vorbei. Die kann auch weiter noch halten. So eine Beziehung vergeht nicht. Ich versuch's echt. Ich versuch's. Lee versucht's, aber er kann einfach nicht. Halte dich von mir fern. Du musst von hier verschwinden. Du musst davon... Du musst du weg von mir. Aber Lee... Du musst du weg von mir. Du musst du weg von mir. Du musst du weg. Okay. We'll figure it all out. Don't worry. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Oh, Mann. Nein, nimm doch mal den Stuhl. Hä, wieso... Irgendwie soll sie was anderes anscheinend nehmen. Oder so. Da, Baseballschläger. Na klar, der Stuhl, der war zu schwer für sie. Es sollte der Baseballschläger sein. Ja, und damit haust du jetzt die Tür halt rein, äh, die Glasscheibe, ne? Boah, ich... Okay. Das ist wie so scheiße, die jetzt geht, ey. Liebe Leute, auch wenn es schwer fällt, aber ich werde an dieser Stelle einen Cut machen und wir sehen uns dann im nächsten, vielleicht letzten Part von The Walking Dead. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Part, vielleicht beim bitteren Ende. Tschüss. Tschüss.